Guten Tag, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Heute im zwölften Teil der zwölfteiligen Serie der Bibelkrieg, also letzter Teil, geht es um Übertragungen. Ich zeige Ihnen, wie die neuen Bibeln, die Übertragungen sind und keine Übersetzung mehr sind, das Wort Gottes verfälschen. Besonders die Leute, die Pastoren, die das Wort Gottes nicht genau nehmen, zitieren gerne aus solchen Übertragungen. Aber es ist wirklich das verfälschte Wort Gottes. Und ganz zum Schluss zeige ich Ihnen noch, welche Bibeln am besten sind, die wir heute noch gebrauchen können. Bis bald. Marenata. Guten Tag, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Jetzt im zwölften Teil der zwölfteiligen Serie der Bibelkrieg, zeige ich Ihnen, was wir von den sogenannten Übertragungen der Bibel zu halten haben. In diesem Video schauen wir uns Verse aus dem Alten und dem Neuen Testament an, in denen Jesus als Teil Gottes entfernt wurde. Die sogenannte Gute-Nachricht-Bibel, welche ich hier als Beispiel für die Übertragungen nehme, ist dabei teilweise noch haarsträubender als die Lutherbibel von 2017. Sobald die Autoren dieser sogenannten Bibelkrieg sagen, dies ist keine Übertragung, sondern eine Übertragung oder eine sogenannte kommunikative Übersetzung, meinen sie, jeden Unsinn darin reinschreiben zu können. Oft steht dann dort in ihrer Bibelübersetzung, in Anführungsstrichen, das genaue Gegenteil von dem, was die Bibel wirklich sagt. Sogar auch bei dem Alten Testament sind da jetzt Übersetzungen, in Anführungsstrichen, auf den Markt gekommen, welche einem die Haare zu Berge stehen lassen. Weil der Urtext feststeht, kann man daran nichts rütteln. Deshalb nennen die Autoren dieser gefälschten Bibeln ihre Werke ja auch Übertragungen oder kommunikative Bibelübersetzungen. Damit möchte man sagen, und man gaukelt es den Leuten vor, dass man mit den heutigen üblichen Ausdruckmitteln den Text erklärt und nicht übersetzt. Auf diese Weise kommt aber oft das genaue Gegenteil davon heraus, was der Urtext wirklich sagt. Deshalb kann ich nur dringend raten, Finger weg von Übertragungen, wie zum Beispiel die sogenannte Basisbibel. Da Jesus und seine Havara. Gute Nachricht. Hoffnung für alle. Neue evangelische Übersetzung. Neue Genfer Übersetzung. Neues Leben. Volksbibel. Solche Übertragungen haben oft sehr schöne Namen, aber sie enthalten auch absichtliche satanische Verfälschungen. Im letzten Video habe ich die Lutherbibel von 1912 mit der Lutherbibel von 1984 verglichen, und zwar nur im Neuen Testament. In diesem Video vergleichen wir Verse aus dem Alten und dem Neuen Testament und wir vergleichen die Lutherbibel von 1912 mit der Guten Nachricht Bibel. Wir fangen mit dem Beispiel aus Jesaja 7, Vers 14 an. In der Lutherbibel von 1912 steht noch, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie heißen Immanuel. Und in der Guten Nachricht Bibel lesen wir, Deshalb wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel, Gott steht uns bei, nennen. Wo ist bitteschön das Zeichen, wenn eine junge Frau ein Kind bekommt? Mit der absichtlichen Umschreibung von Jungfrau zur jungen Frau wird die Göttlichkeit Jesus aberkannt. Er wird zum einfachen Menschen degradiert. Psalm 45, Vers 7 In der Lutherbibel von 1912 lesen wir, Gott, dein Stuhl bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerades Zepter. Und die Gute Nachricht Bibel schreibt, Dein Thron ist Gottes Thron, darum steht er für alle Zeiten fest. Du regierst dein Reich als gerechter König. Paulus zitiert genau diesen Vers aus dem Alten Testament im Neuen Testament und setzt den Sohn als Gott ein. Bei der Textänderung der Gute Nachricht Bibel sitzt er aber nur noch auf dem Thron Gottes und selbst ist er nicht Gott. In Hebräer 1, die Verse 7 bis 8 lesen wir, Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn, Gott, dein Stuhl wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein richtiges Zepter. Der Vater nennt den Sohn also Gott und genauso steht es im Alten Testament. Und deshalb versuchen die Leute in der Gute Nachricht Bibel, selbst das im Alten Testament zu verfälschen. Sprüche 8, Vers 22 In der Luther Bibel von 1912 lesen wir noch, Der Herr hat mich gehabt im Anfang seiner Wege. Ehe er etwas schuf, war ich da. Und in der Gute Nachricht Bibel steht, Am Anfang hat der Herr mich geschaffen. Der Text wurde mutwillig umgedichtet. Genau das Gegenteil hören wir jetzt. Die Präexistenz Jesus wird wieder einmal geleugnet. Auch hier ist er plötzlich ein geschaffenes Wesen. Micha 5, Vers 1 Die Luther Bibel von 1912 schreibt noch, Und du, Bethlehem Ephrathah, die du klein bist unter den Städten in Judah, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und in der sogenannten Guten Nachricht Bibel lesen wir, Doch dir, Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, So klein du bist unter den Städten in Judah, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Hier wird geleugnet, dass Jesus der Herr ist, also Gott, in dem der Satz einfach umgestellt wird. Jesus wird wieder zum einfachen menschlichen Herrscher degradiert. Und schon wieder wird auch die Präexistenz geleugnet. Dem Leser dieser Bibel, in Anführungsstrichen, wird suggeriert, Jesus sei ein Religionsgrüner, wie auch viele andere. Zacharia 13, Vers 6 In der Lutherbibel von 1912 lesen wir, So man aber fragen wird zu ihm, Was sind das für Wunden an deinen Händen? Wird er sagen, So bin ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Und die sogenannte Gute Nachrichtbibel schreibt an dieser Stelle, Und wenn man ihn auf die Striemen an seinem Leib hinweist, wird er sagen, Das ist von einer Schlägerei mit meinen Zechbrüdern. In diesem Vers wird unser Herr Jesus als prügelnder Saufbruder präsentiert. Dieser Vers aus dem Alten Testament ist ein messianischer Vers und das wissen die sogenannten Bibelübersetzer. Diese Teufel sind rotzfrech. Jetzt schauen wir uns noch vier beispielhafte Verse aus dem Neuen Testament an. Matthäus 6, Vers 13 In der Lutherbibel von 1912 lesen wir, Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und in der Guten Nachrichtbibel lesen wir an dieser Stelle, Lasst uns nicht in Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Bei einer Gefahr sind andere schuld, wenn etwas passiert. Wenn man aber einer Versuchung nachgibt, ist man selbst schuld. Dass das ewige Reich Gott gehört, wird darüber hinaus auch noch verschwiegen. Diese sogenannte Gute-Nachricht-Bibel verhunzt sogar das Vaterunser. Matthäus 19, die Verse 16 und 17 In der Lutherbibel von 1912 lesen wir, Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er aber sprach zu ihm, Was heißtest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Und in der sogenannten Guten Nachrichtbibel lesen wir, Da kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, Warum fragst du mich, was gut ist? Es gibt nur einen, der gut ist. Wenn du bei ihm leben willst, dann befolge seine Gebote. Bei den neuen Luther-Übersetzungen ist es übrigens ähnlich verfälscht. Hier wurde der Text so verdreht, dass die Antwort gar nicht mehr zur Frage passt. Was sagt Jesus hier eigentlich? Er sagt, Wie hast du erkannt, dass ich Gott bin? Ähnlich wie in der Geschichte, als er seine Jünger fragt, Wer meint ihr, dass ich sei? Aber in der Guten Nachricht, in Anführungsstrichen, wird diese Aussage von Jesus, dass er Gott ist, entfernt. Römer 9, Vers 5 Aus der Lutherbibel von 1912 Welche auch sind die Väter und aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Und nun der gleiche Vers aus der sogenannten Guten Nachricht. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwähnten Väter und zu ihnen zählt nach seiner menschlichen Herkunft auch Christus, der versprochene Retter. Dafür sei Gott, der Herr, über alles in Ewigkeit gepriesen. Amen. In der Originalversion ist Christus noch der Gott und jetzt bei der Übertragung im zweiten Text ist Gott dafür, dass Christus der Retter ist. Offenbarung 3, Vers 10 Aus der Lutherbibel von 1912 Die, weil du hast bewahrt, das Wort meiner Geduld, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Und in der sogenannten Guten Nachricht lesen wir, Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Darum werde ich euch in der Zeit der Versuchung bewahren, die demnächst über die ganze Erde kommen und alle Menschen auf die Probe stellen wird. Die Entrückung der Gemeinde vor der Zeit der Versuchung wird hier verschwiegen. Im Originaltext sagt Gott eindeutig, dass er vor der Stunde der Versuchung bewahrt, also vor der Stunde und nicht vor der Versuchung. Das ist ein ganz bestimmter Zeitabschnitt. Im neuen Text ist das nicht mehr erkenntlich. Die Auserwählten sollen, wenn möglich, diesen Termin ihrer Erlösung versäumen. So, das war jetzt der Vergleich von einer Übertragung zu einer echten Bibelübersetzung. Aber selbst wenn man sich auf eine Interlinearübersetzung stützt, sollte man vorher prüfen, worauf diese Interlinearübersetzung basiert. Die meisten im Internet zugänglichen Interlinearübersetzungen basieren leider auf den verfälschten Nestle-Aerland-Text. Die Probe können Sie mit Offenbarung 13 Vers 18 machen. Für die Zahl 666 müssten dort drei Buchstaben stehen, nämlich Xi für 600, Xi für 60 und Sigma für 6. Wenn dort aber drei ausgeschriebene Zahlenwörter stehen, ist es der verfälschte Nestle-Aerland-Text. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch drei handelsübliche, gute Übersetzungen vorstellen, die noch zum größten Teil vom Grundtext ausgehen, vom richtigen Grundtext. Schon am Anfang dieser Serie habe ich Ihnen diese drei handelsüblichen Übersetzungen vom Mehrheitstext bzw. des Textus Rezeptus vorgestellt. Es sind die Lutherbibel von 1912, die Schlachterbibel von dem Jahre 2000 und die Elberfelderbibel vom Jahre 1905. Aber auch diese drei Bibeln haben kleinere Mängel. Bei der Lutherbibel von 1912 fehlen zum Beispiel wichtige Passagen zum besseren Verständnis, wie zum Beispiel der Hinweis in 1. Mose 6, Vers 4, dass der Satzteil und auch nachher fehlt, dass es auch noch nach der Sintflut Riesen gab. Auch wird bei der Übersetzung verfälscht, sodass anstelle von Riesen Tyrannen geschrieben wird und so der Eindruck erweckt wird, es gehe um politische Führer und nicht um echte Riesen. Was mich aber heute am meisten an dieser Übersetzung stört, ist die Übersetzung vom Wort Passa zu Ostern, was ein heidnisches Fest ist, anstelle das Wort Passa einfach stehen zu lassen. Die Lutherbibel von 1909 soll ebenfalls die richtige Textgrundlage haben, aber in diesem Punkt ist sie auch nicht besser. Und sie soll noch wesentlich schlechter übersetzt sein als die Lutherbibel von 1912. Zum Beispiel wird überall da, wo im Original von des Menschensohn die Rede ist, immer mit der Menschensohn übersetzt. Und mit der Änderung dieses einen Buchstabens wird die Jungfrauengeburt verschwiegen und auch verschwiegen, dass Jesus der einzige Mensch mit nur einem menschlichen Elternteil ist. Die Verse in der alten Lutherbibel von 1912 sind aber oft verständlicher übersetzt als die der alten Elberfelderbibel von 1905. Die Schlachterbibel vom Jahre 2000 ist ähnlich wie die Lutherbibel sehr verständlich. Sie hat auch noch aus 1. Johannes 5 die Verse 7 und 8 voll ausgeschrieben, was selbst in der alten Elberfelderbibel von 1905 fehlt. Allerdings benutzt sie zum Beispiel das Wort Frau anstelle von Weib. Dieses Wort sei moderner, wird gesagt, aber es wird dabei auf eine in der Semantik sehr wichtige Eigenschaft des Wortes Weib verzichtet. Ein Weib ist eine verheiratete Frau, was bei vielen Bibelfersen entscheidend ist, um sie zu verstehen. Das Wort Frau hingegen sagt nur aus, dass die Person weiblich ist, aber macht keine Angaben über den Familienstatus. Bei einer für die Bibelchronik wichtigen Stelle in Apostelgeschichte 13, Vers 20 übersetzt die Schlachterbibel 2000 so, als ob die 450 Jahre in die Zukunft verweisen würden. Diese falsche Übersetzung widerspricht sich aber mit den 300 Jahren aus Richter 11, Vers 26 und mit den 480 Jahren aus 1. Könige 6, Vers 1. Diese beiden festen Zeitabschnitte aus dem Alten Testament müssten zugunsten der falschen Übersetzung verändert werden. Diese falsche Übersetzung verlängert die Richterzeit um ganze 114 Jahre und würde bedeuten, dass die vier Generationen in Jesus' Blutlinie in der Richterzeit ihre Kinder erst mit 130 Jahren gezeugt hätten. Und das in der Zeit nach Moses, der mit seinen 120 Jahren bei seinem Tode der älteste Mann in Israel war. Das ist natürlich Blödsinn und macht die Bibel unglaubwürdig. Aber nicht die Bibel ist falsch, sondern nur diese Übersetzung. Dr. Rojalibi hat diese Schlachterübersetzung vom Jahre 2000 mitübersetzt und er rechtfertigt mit dieser falschen Übersetzung seine falsche Chronik. Ich schätze diesen Mann sehr und lerne selbst noch von ihm. Aber seine immer wieder zitierte Bibelchronik hat Mängel, welche der Bibel an mehreren Stellen widersprechen. Egal von wem wir unser Bibelwissen haben, wir müssen immer alles selbst überprüfen, weil wir alle fehlerhafte Menschen sind. Die richtige Übersetzung von Apostelgeschichte 13, Vers 20, wie wir es zum Beispiel in der Elberfelder Bibel von 1905 lesen, verweist die 450 Jahre in die Vergangenheit. Nach diesen Angaben landet man dann bei Isaaks Geburt. Und genau von den Kindern Abrahams wird im 13. Kapitel der Apostelgeschichte im Vers 26 auch gesprochen. Wenn bei einem Text zwei Möglichkeiten der Übersetzung existiert, dann nimmt der Übersetzer natürlich die Übersetzung, welche er für richtig hält. Ein fehlendes Bibelverständnis ist aber kein böser Wille. Für den normalen Hausgebrauch scheint mir die Schlachterbibel vom Jahre 2000 aber die vernünftige Wahl zu sein. Ich benutze vorwiegend die alte Elberfelder Bibel von 1905, und zwar deswegen, weil ich gerade bei Unklarheiten auf den Grund gehen möchte und diese Ausgabe trotz schwereren Verständnisses oft am wörtlichsten übersetzt. Es gibt auch noch andere Übersetzungen des Textus Rezeptus bzw. des Mehrheitstextes, welche ich aber selbst nicht kenne. Zum Beispiel die Zürcher, die Tafelbibel, die Herrer und Jansen, die Christianismus, die Manfred-Roth-Bibel, die Forteller-Übersetzung von 2005 und die Leonberger von 2018. Es gibt einen Vers, an dem Sie sofort erkennen können, dass etwas nicht stimmt. Es geht dabei um Apostelgeschichte 28, Vers 1, wo der Name der Insel genannt wird, auf den die Schiffbrüchen gestrandet sind. Im Original heißt diese Insel Melite. Alle drei hier genannten Übersetzungen schreiben auch den richtigen Namen dieser Insel. Wenn dort aber Malta stehen sollte, ist es schlicht falsch. Selbst da steckt schon eine Ideologie dahinter. Auf Malta wurden die Leute nicht als Barbaren oder Eingeborene bezeichnet, was wir in Vers 2 lesen, sondern als Römer. Und es gibt in Malta keine tödlichen Giftschlangen, wie auf Melite, was wir in Vers 3 bis 5 lesen. Die richtige Insel Melite trägt heute übrigens den Namen Kefalonia. Alle Übersetzungen, welche auf der Vulgata oder dem Nestle-Aerland-Text basieren, sind grundsätzlich abzulehnen. Leider wollen sich heute viele Kirchen der ökumenischen Bewegung anbiedern und gehen deshalb auf faule Kompromisse ein. Sie erheben nicht biblisch begründete, sogenannte christliche Traditionen zu Dogmen, wie zum Beispiel das Kirchenjahr. Und sie führen die verfälschten Bibeln in ihren Gemeinden ein. Da jetzt fast alle offiziellen christlichen Kirchen diese falschen Bibeln für ihre Predigten benutzen, ist das schon ein klarer Hinweis darauf, dass man diese in Anführungsstrichen Vereine meiden sollte. Man kann es auch schon oft an ihren Predigten erkennen. Diejenigen Priester und Pastoren, welche sogar schon Übertragungen der Bibel für ihre Predigten nutzen, verführen ganz klar ihre Zuhörer und bringen sie absichtlich vom Worte Gottes weg. In Römer 16, die Verse 17 bis 18 lesen wir. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauche, und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Liebe Glaubensgeschwister in unserem Herrn Jesus Christus, wir befinden uns heute in den allerletzten Zügen der Zeit der Gemeinde. Und dieser uns umgebende Abfall vom Worte Gottes hat uns Jesus für unsere Zeit prophezeit. Da wir das jetzt sehen, können wir umso fröhlicher sein, weil wir wissen, unser Herr kommt sehr bald. Maranatha!